ja moin sind und willkommen zurück direkt geht es weiter ja wir stehen hier wieder da wo wir uns eben schön selbst verteidigt haben und wir wollten doch noch gucken was wir hier noch alles so abkrabbeln können das waren jetzt hier so ich würde sagen das sieht so als nächstes ziel aus das sieht so als nächstes ziel aus genau das sieht so aus als ob es unser nächstes ziel werden könnte deswegen wegpunkt setzen zack schließen und marku drücken okay das ist jetzt auch nicht allzu weit wollte ich gerade sagen aber von hier kommen wir da nicht ran dann lasst uns erst mal wieder hier hoch vorsichtig und zack so alles klar von hier sollte das doch schon nö ah guck mal da so da ich wollte ich doch sowieso mal grillen oh die halten einiges aus der ist tatsächlich weggelaufen aber die ist jetzt nicht sauer auf mich mh wildschwein 80 erfahrungspunkte gibt so ein vieh ok dieser inruh gehörte wahrscheinlich einem höheren militär und enthielt offizielle befehle und siegel na dann schauen wir uns diesen inruh doch mal genauer an mh 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 riecht aber leider nicht nach tabak deswegen ähm doch nicht so interessant schließen ja war das jetzt schon das teil was wir auf dem radar hatten jo supi dann oh guck mal hier ist auch noch einer meine fresse wegpunkt setzen schließen dankeschön guck mal errungenschaft freigeschaltet auf der suche nach ärger das ist doch schon mal schön alles klar zack 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 haben wir alles haben wir als halber ha 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 mamma lamma alles ähm hier ist noch ein geocache ja und von da aus können wir dann hier schön weiter und kriegen die auch noch ja passt doch glaube ich hoffe ich ähm 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 kuh so ach ein kistchen halt von da okay okay na hab ich doch schon was gesehen dahinter blinkt doch was das geht ja wie am schnürchen hier das wird dann der nächste sein habe ich denn jetzt gesetzt den wegpunkt ja hab ich ähm 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 oh moin ähm 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 geht wohl doch nicht so wie ich gedacht hab irgendwie müsste ich jetzt da hoch ich hab grad grad das gesehen so weit kann ich nicht hochzielen aber von hier geht das doch bestimmt bäm na na also schnürtchen schnürtchen hopp hopp ähm ähm gucken wir erstmal ähm wo ist denn hier da ne machen wir erstmal hier wegpunkt weg ne wegmachen danke ich muss doch da hoch guck an wie komm ich denn jetzt da hin mal gerade zurück ähm ja das passt ach jetzt hältst du dich fest jetzt hab ich gar nichts gedrückt jetzt hältst du dich fest was ist denn mit euch macht hier nicht so einen krach ich weiß noch nicht ich weiß noch nicht da oben soll ich hin das ist dann dieses Beförderungsgedönsding da jetzt gegenschießen wird wahrscheinlich auch nicht viel bringen und mit dem Pfeil schon mal gar nicht na gut hm 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 na gehen wir erstmal da hoch da hoch und springen da ran ach gucke mal geht doch so ab ah 3 von 5 abbildern so da wir ja jetzt wieder ein Stockwerk höher sind könnte ich theoretisch den hier auch mal wieder aktivieren der da hallo framerate na also der da wäre da hinten na gut so da komm und hoch damit ja die Outsiderin ich muss das Ding hier mal ganz schnell vorher ne gedrückt so da komm schon oh man ich hab dich doch getroffen oh 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 wo ist der Sack oh 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 Komm schon, du faule Sau. Du faule Sau. Genau. So, ist jetzt hier mal Ruhe? Die Musik sagt mir, es ist noch keine Ruhe. Aber wo hängt denn hier noch eine rum? Na, wir werden es gleich rausfinden. Da ist er doch. Oh. Oh. Ah, Mist. Scheiß Windmühle. Autsch. Oh, ach, von da hinten. Das ist unglaublich, wie viel Dynamit ihr dabei habt. Oh, armes Lara-lein. Okay, meh mir mal mich. Ich bin kein Duke Nukem. Duke Nukem. Ich bin Lara Croft. Das war ja schon wieder knapp. Schau! 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 So! Jo! Läuft doch ganz gut mit den Kopfschüssen! Wollen wir mal ganz kurz hier... Hey, wir sind schon voll an den Dingen vorbei. Da unten. Wie soll man denn da rankommen? Komm ich von hier irgendwie runter? Ja, aber da stehe ich doch wieder... Da stehe ich doch wieder genau da, wo ich nicht hin wollte. Achso, hier. Das hätte ich mir auch von Anfang an einsammeln können. Danke. Hallo, ganz ruhig. Hopp, hopp. Okay, das nächste Teil ist dann... Huch, da. Das sieht auch so nah aus. Hier, hier verarsch ich mich doch gerade. Jetzt ist das auf einmal alles unter mir. Okay. Das ist ja jetzt nicht... Das doch... Nee, 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 nee. Also, nee, also... Also, wirklich. Da muss ich die Furzis wieder umlegen. Verdammt. Komm, hier machen wir wieder auf. Jetzt ist es ruhig. Nein, ich bin... Reib sie da raus! Ja, aber das Teil da unten, das würde ich schon gern haben. Da kann ich nicht runter? Komm, du verarschst mich doch. Du kommst da nicht runter? Willst du mich jetzt echt... Na also, auch wenn es weh tut, tut mir leid. Da müssen wir hin. So. Und dann, das wird wohl keinen geben von hier aus. Das war, glaube ich, da oben irgendwo. Ja. Und das Ding? Ah, das sieht schon besser aus. Hier irgendwo, oder? Da! 21. Januar 1997. Die Truppenstärke der Solari, meiner Krieger der Sonne, ist inzwischen beachtlich. Und ich weiß nun alles nötige, um meine Pläne weiter zu verfolgen. Es ist Zeit für uns, Land einwärts zu ziehen. Wir werden unsere Stadt oben in den Bergen errichten, rund um den alten Palast. Dort können wir uns gegen die Univächter schützen. Und ich komme schnell zu allen Punkten der Insel. Jeder, der hierher kommt, muss gefangen genommen werden. Ich weiß jetzt, was ich suche. Den Schlüssel, um von hier zu entkommen. Und vielleicht noch viel, viel mehr. Es mag Jahre dauern, aber ich werde sie finden. Ja, Besessenheit. Matthias hat seine Solari dazu gebracht, all das im Namen einer längst gestorbenen japanischen Königin zu bauen. Unglaublich. Unbelievable. So, ähm, ja. Wo sind wir? Da sind wir. Alles klar. Mhm. Mhm. Da hinten ist auch noch was. Mhm. Ein zeremonielles Trinkgefäß aus der Song-Dynastie. Ein wunderschönes Stück. Wie soll man denn da draus trinken? Ach, da oben. Alles klar. Ja, auch nicht made in Taiwan, China, Japan oder sonst was. Scheint ein Original zu sein. Was aber sonst nicht viel zu sagen hat. Einstecken. E-Bail freut sich. Alles klar. Da haben wir ja jetzt so gut wie alles. Ähm, drei von sechs Lager. Äh. Dokumente fünf von fünf. Eine Reliquie fehlt noch. Eine ganze Menge Geocaches. Sechs Stück nämlich. Ein, ein Grab ist ja auch noch. Ja, Schalldämpfer gedöhnt und zur Ruhe gebettet ist ja auch noch. Ähm. Ja, wir haben hier zwei Geocaches noch auf der Karte. Und hier ist noch eine Reliquie. Das wird die letzte sein. Aber da werden wir jetzt so schnell nicht drankommen, glaube ich. Ich hätte, glaube ich, nicht hier runterhüpfen müssen, dürfen, sollen. Na ja, gehen wir erst mal wieder hier Treppchen hoch. Und gucken mal, wie es weitergeht. Zündel, Zündel. Danke. Na, da gehen wir aber nicht lang. Ach, guck mal, das ist bestimmt das letzte Grab. Aber erst mal. Hier, geheimes Grab in der Nähe. Ist doch super. Wir fliezen uns mal ganz kurz hier hin. Und, ähm. Ja. Das war's auch schon. Und dann gehen wir in das neue Grab. Wenn wir da überhaupt reinkommen. Mal gucken. So. Ach, da. Ist doch auch noch was. Guck an. Und, das war ein ganz schön weiter Weg. Boah, es ist wieder dunkel hier. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Ah, 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 ah. Ganz ruhig. Und hoch. Ähm. Hoch mit dir. Ach so. Okay. Hopp. Alter Schwede. Meine Fresse. Danke. Geht's hier lang? Also, da geht's weiter. Das ist hier. Da geht's auch weiter. Hinten ist auch Licht. Was sagt uns denn die Karte? Äh. Äh. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen da lang. Okay. La, 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 la. Hey, sieh, siehste die Hand vor Augen. Selbst wenn du die Fackel... Hup. Ach so. Was war das? Was? 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 Ich meinte selbst, wenn du die Fackel anhast. Das sieht doch schon so aus, als ob wir hier richtig wären. Jawohl, Kammer, das Gericht. Zu einer Werkstatt. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Ja, hier gibt's wieder Kanister zum Rumwerfen. Ich freu mich. Wir setzen uns mal ganz kurz, nur um ein Checkpoint zu erstellen. Und dann gucken wir mal weiter. So, was haben wir denn hier? Okay. Okay, 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 okay. Alles klar, da ist eine Leiter, da geht's höher. Da ist ein Reifen von einem Flugzeug. Da schieße ich jetzt einfach mal gegen. Mal gucken, was passiert. Das ist eine Art Hochofen. Okay. Ach hier, apropos Pfeil. Äh, äh, Feuerpfeil. Ähm, ah, ich wollte gerade sagen. Interessiert die wohl nicht wirklich. Na, fängst du auch noch Feuer? Nö. Alles klar. Okay, da oben hängt noch so ein Reststück. Okay, da hinten ist eine Kletterwand. Dann wollen wir doch mal gucken, dass wir das, ähm, da rauflegen. Kriegen wir das hier hin? Naja. Geht auch irgendwie legen, oder kann ich nur werfen? Ich kann wohl nur werfen, das ist ja doof. Naja, es bleibt auf jeden Fall schon mal stehen. Fürs Erste. So, dann nehmen wir den hier noch. Ey. Ähm, da ist noch was. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich versuch's einfach mal. Oh. Es geht. Oh, ja, okay. Wenn ich hüpfe, verliere ich's. So, drei Stück reichen nicht, um meine, ja, um die fette Lara zu tragen, deswegen. Waren das wirklich nur drei? Oh. Zack, und zack. Hm. Oh, sonst haben wir hier keine mehr, ne? Nö. Das wird doch im Leben nicht reichen. Naja, wir versuchen's. Halt, 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 halt. Nein, wir versuchen's noch nicht, weil ich hab da hinten noch eins gesehen. Ah, Mist. Gibt's doch nicht. Och, Mennu, hätte ja klappen können. Oh, hat gereicht. Supi. Und hopp. Oh, festhalten. Oh, festhalten. und errichtet. Mhm. Lass mal kurz gucken, gibt's hier sonst noch was zu holen? Ne. Dann mach mal die dicke Kiste auf, mein Mädel. Juhu. Juhu. Geocaches, oder die restlichen Geocaches sind jetzt auch auf der Karte. Das kriegen wir aber in dieser Aufnahme nicht mehr hin. Wir wollen erstmal hier hoch. Wow. Wohohohoho. Wohohoho. Autsch. Sorry, Kleine. Ich wusste nicht, dass sich das bewegt. Und hopp. Und hopp. Und hopp. So, jetzt ganz ruhig. Von da nach da. Von da nach da. Und von da an die Kloake rein. Juhu. Ähm, ja. Okay, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Wir setzen uns ans Feuer. Zack. Und. Zack. Ähm, ich glaube, überleben. Ne? Überleben war das? Äh, war? Was ist das hier? Jäger. Ne, Jäger. Das haben wir alles. Was haben wir hier? Da brauchen wir einen Spezialist für. Spezialist. 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 Da muss ich ja jetzt den Rest in Kämpfer setzen. Weil das hier ist auch Spezialist. Na gut. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Schmutzige Tricks. Ich weiß nicht. Äh, schmutzige Tricks. Mh, mh, mh. Ich bin kein Pirat. Ausweichkonter. Weichen Sie dem Gegner aus. Stoßen Sie einen Pfeil ins Knie. Äh, haben wir auch schon dreimal vorgelesen. Dadurch wird's auch nicht besser. Naja, wir nehmen's einfach mal. Meistern. Jo, danke. Zurück. 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 So, Lara. Du hast dir jetzt ein kleines Päuschen verdient, weil die halbe Stunde ist schon wieder voll. Ähm, ja. Bevor ich jetzt groß weiterquatsche. Escape. Hallo. Escape. Und schüssen. Bis zum nächsten Mal. Mmh. Such א cameras. 啊. Yeah. chao.